Hallo, jetzt möchte ich euch alle herzlichst einladen zum Moskorner Rasenseminar, weil für viele ist oft ein Problem, wie ich das Moos, Unkraut und das Ganze aus dem Rasen rauskriege, ohne dass ich jetzt da zum großen Giftmischer wäre oder sonstiges mit dem Unkrautstecher alles wegmachen muss, weil das ist oft bloß ein Pflegefehler, den die meisten machen. A die Mähhöhe wird falsch gewählt, B der falsche Dünger wird gewählt, beim Wässern kann man viel verkehrt machen oder auch schon bei den Grassorten, was für Sorten da ich hernehme. Das sind einige wichtige Punkte oder was ich zum Beispiel beachten sollte, wenn ich in Urlaub fahre. Soll es kurz machen, soll es lang machen, da gibt es halt einige Punkte, wo man verkehrt machen kann, was man dann im Ergebnis hat, dass der Rasen immer mehr Unkraut bildet oder Kräuter, wo man halt nicht haben möchte, im Zierrasen, Unkraut gibt es eigentlich nicht, aber die Sachen, die halt unerwünscht sind, werden dann halt mehr. Die richtige Pflege, mir empfehlen den Oscorner, das ist ein reiner Naturdünger, der belastet das Grundwasser nicht, ich kriege langfristig einen schönen Rasen und wenn ich das richtig mache, könnt ihr mal meinen Rasen anschauen, da ist eine große Baumhecke, wo viel Schatten macht, trotzdem ist kein Moos mehr vorhanden und Unkraut ist auch sehr wenig geworden, weil dadurch, dass ich das oft mache oder zum Teil auch vom Mähroboter mähen lasse, habe ich natürlich ideale Bedingungen für einen schönen, dichten Rasen. Ein paar Gänseblümpchen und ein paar Sachen sind natürlich noch drin, aber das ist jetzt nicht so schlimm, ist auch in Ordnung. Wichtig ist halt, dass ich das regelmäßig mache und das alles, wie man das genau machen kann, sorgt beim Rasenseminar am 19. April 18.30 Uhr, dauert ungefähr eine Stunde, Referent von der Firma Oscorner haben wir da engagiert, ist für unsere Kunden auch kostenlos, ich würde bloß um eine Anmeldung bitten, weil ich muss wissen, wie viele Leute das kommen, wie viele Plätze da ich reservieren soll. Ja, einfach eine kurze E-Mail schreiben, ob es an info at eschbaumer-gartentechnik.de oder ins Kontaktfeld auf unserer Homepage einschreiben oder ihr könnt natürlich auch gerne anrufen, Telefon 089 907 75 239. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und dann könnt ihr hören, wie es genau geht.